Das wäre jetzt nämlich echt praktisch. Ich frage mich, wenn wir damals ein Pferd geklaut hätten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt das noch hätten, oder? Das würde uns bestimmt auch weggenommen werden. Das wäre uns bestimmt weggenommen worden. Du hast entdeckt Gerber. Händlerin. Guten Tag. Lass uns handeln. Hm, verkaufen. So, jetzt kann ich den Knüppel nämlich verkaufen. Hm, das Saks. Diese Stiefel, diese Haube, den Wappenrock. Du erhältst 22. Aber wie viel hat sie denn überhaupt? Äh, ist das, was sie hat? Hm, 22. Dein Vermögen. Nee, das ist mein Vermögen. Okay, 19,7. Du erhältst 22. Die Frage ist nur, wo sehe ich, wie viel sie noch hat überhaupt? Vermögen. Ah, hier. Okay. Wer Augen im Kopf hat und wer lesen kann, ist stark im Vorteil. So, dann kann ich ja noch einiges reinpacken. Das kann ich vielleicht noch irgendwie reparieren. Deswegen behalte ich das erstmal. Nahrung. Das kann sie haben. So viel Nahrung brauche ich auch gar nicht. Die fertigen Sachen sollte ich behalten. Wie das Brezel zum Beispiel. Die Brötchen. Die Birne könnte ich verkaufen. Zustand. Gesundheit. Anzahl. Okay. Neun. Die einzelnen Sachen hier weg. Wein. Zwiebel. Hier Brot haben wir 5. Brötchen haben wir 3. Dörrfleisch. Getrocknete Pilze. Die Karotte kann sie haben. Und das kann sie haben. Den Kohl. Warenkorb prüfen. So. Wir kaufen sonstiges. Hirschleder 9,4. Ne, dann können wir vielleicht gleich was basteln damit. Salz. Schafsleder. Verband. Warenkorb. So. Dann falschen wir mal. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? So. Alter. Fangen wir mal. 24 wäre Standard. Versuchen wir mal. 28. Und vielleicht geht sie dann noch drunter. Zufrieden? Das ist es mir nicht wert. 25,5. Und sie ist schon ziemlich verärgert. Das sieht man unten an dem gelben Bereich von der Münze da oder was ist es? Ich würde sagen, wir gehen auf ihren Preis ein. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Oder versuchen wir es nur einmal mit 26? Einverstanden. Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Okay, ich gehe darauf ein. Mit der Summe kann ich leben. Okay. Oh, der knurrt mich an, der Hund. Warum knurrst du mich? Tust du mir was? Bist du ein Guter? Ich weiß, du willst den Hof verteidigen, aber ich tue dir nichts. Okay. Äh, kann ich hier was? Nee, stehlen will ich nicht. Ich will... Oh, Hundeleder. Oh Gott. Alles klar. Ja, ich wäre auch sauer, wenn ich gehäutet werden würde von diesen Leuten. Guck mal, das sind deine Geschwister und deine Familie. Ich höre jetzt auf. Ähm. Kann ich hier nichts herstellen? Ist das keine Werkbank oder sowas? Nee, ne? Es würde auf... Doch, hier ist doch... Ah, nee, sie wird angezeigt. Okay. Und was ist dieses Symbol da? Ist auch das die Quest? Und überladen sind wir jetzt auch nicht mehr, oder? Äh. Ziemlich knapp da vor. Ähm. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr verkaufen. Von der Nahrung vielleicht, weil so viel brauchen wir eh nie und das verdirbt alles. Lass uns nochmal verkaufen. Waren wir. Alles gut. Verkaufen Nahrung. So. Ähm. Käse. Meat. Trockenobst. Wein. Der teure Wein. 100. Brötchen. Und die Brezel. Da habe ich noch Brot, Apfel. Und Dörrfleisch ist ziemlich viel wert. Also weg damit. Mit. So. 63,4 von 78. Ist gar nicht schlecht. Hier, das hier gibt, äh. 0,1. Das ist 4 Gewicht. Schafsleder 3 Gewicht. Der Punkt ist nur, ich glaube, man könnte das irgendwann verwenden, um was herzustellen. Nur, nimmt das jetzt halt wirklich, wirklich viel Platz weg, ne? Wenn ich jetzt auch irgendwas unterwegs sammeln oder so, sind wir ganz schnell wieder überladen. Und können dann wieder nicht rennen. Die Waffen, ist das Mindeste? Rüstung, Rüstung, Rüstung. Leicht gepolsterte Rüstung. 5. Ist aber komplett kaputt. Wahrscheinlich gibt es uns diese Rüstung gar nicht mehr, ne? Ähm. Hier, die Pilze kannst du noch haben. Ich will in Blumen und so nehmen natürlich auch Gewicht. 6 Lönzern, 9 Mohnblumen. Ich denke, ich probiere es jetzt mal so. Äh, falschen. Reden wir über den Preis. Ja. Warum nicht? Machen wir 10. Angebot unter Bein. Sind wir uns einig? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger. Und ich bin zufrieden. Die ist aber auch hart. Ist ja jetzt von 10 auf 9,4. Ah, 4, 5, 6, 7. Machen wir mal die Hälfte davon. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay. Das nehmen wir. Na gut. Einverstanden. Das nehmen wir. Und wieder ein bisschen mehr, als wir eigentlich bekommen hätten. Gut, gut. Jetzt können wir uns aufmachen. Ach, wir müssen eh in die Richtung. Äh. Um diese... Diesen Ring... Okay, das habe ich schon. Um diesen Ring zu holen. Auch wenn das eine böse, böse Quest ist. Aber ich nehme an, dass das leitet uns so ein bisschen so in diese... wogische Richtung. Dass man das auch mal gesehen hat. Dass man da so ein bisschen böse spielen kann. Mit Klauen und Schleichen und... Naja, vielleicht gefällt es uns ja. Mehr weiß. Ich gehe jetzt hier durch den Wald hindurch. Den direkten Weg, sofern wir es können. Nehme auch schon mal die Waffe raus. Nur für den Fall. Und hoffe, dass wir da so direkt überhaupt dahin kommen. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier... Wermut. Nehme ich einmal mit. Oh, schön. Wunderschön. Komme ich hier hoch überhaupt? Nein, das ist wohl zu steil. Und da drüben vielleicht bei den Bäumen? Bisschen Lacher. Oh. Neue Stufe erreicht. Vitalität. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach so. Ach so. Da fällt mir ein. Können wir noch Talentpunkte vergeben oder sowas? Spieler. Hauptstufe 3. Stärke. Ah. Okay. Agilität. Vitalität. Redekunst. Charisma. Sichtbarkeit. Da kann ich nichts aufklappen. Info. Tabs. Subtabs ist nix. Okay. Hauptstufe. Erste Hilfe. Ach, habe ich das jetzt schon. Hm. Info. Erlaubt es dir für Bände anzulegen. Schön, schön. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist in Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Oder umgekehrt. Okay. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fertigkeit, Heimlichkeit um 30% verringert ist. Okay. Das ist witzig. Deine Ausdauer genäht sich nachts 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen um 10% erhöht. Klingt dir alles schon mal gar nicht schlecht. So, gucken wir mal hier. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken, kostet dich 30% weniger Ausdauer. Leichen oder Bewusstlose zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Auch schön. Hier habe ich glaube ich noch nichts, oder? Das sieht anders aus. Ja. Alles klar. Vitalität. Maximale Stufe. Ich kann jetzt aber auch keinen Punkt reinstecken, oder? Stärke 1. Ach, das heißt, dass ich einen Punkt da habe zum Verteilen? Ah, Redekunst und Stärke. Gut, dann wähle ich eins von dir. Ein Schild habe ich noch nicht. Und bisher musste ich auch keine Leichen oder Bewusstlose tragen. Warum sollte ich das tun? Dann lasse ich das erstmal noch offen. Deine Redekunst ist um drei Punkte erhöht, wenn du dich mit adeligen und wohlhabenden Leuten unterhältst. Kann nicht mit der Spezialisierung von niederer Geburt kombiniert werden. Deine Redekunst wird um drei Punkte erhöht, wenn du dich mit Gemeinen unterhältst. Die Spezialisierung Hochwohlgeborene ist damit allerdings gesperrt. Okay. Wenn ein Händler beim Feilschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Da ist natürlich die Frage, will man lieber mit Adeligen, also dass die Redekunst erhöht ist, bei Adeligen oder bei Niedergeburt? Ich glaube, ich nehme erstmal das mit dem Handeln. Oder? Nehme ich das? Es hat die Frage hochwollgeboren. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht lasse ich das auch noch offen. Und wenn ich dann irgendwie mal ein Gespräch machen müsste, dann könnte ich das dann tun. Hauptstufe. Ah, okay, hier könnte ich auch noch was. Ach, das hätte ich durchgelesen. Das ist so witzig. Schmutzig bist. Hat man bei Frauen 50% mehr Charisma? Ja, die mögen ja total schmutzige Männer. Mhm. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken. Ist natürlich auch schlecht. Mhm. 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 Weiß ehrlich gesagt nicht, was ich nehmen soll. Weiß nicht, was ich nehmen soll. So. Werde mich jetzt aber erstmal weiter auf den Weg machen. Sonst komme ich ja da gar nie an. Und die Punkte kann man ja immer noch teilen. Ah, schön. Meine Blumenwiese. Okay. Hier müsste das dann bald irgendwo sein. Ich gucke mal. Ah, jetzt habe ich das aufgedeckt. Okay. Aktivitäten gebe. Da bin ich jetzt natürlich daran vorbeigelaufen. Ich glaube, ich bin von hier. Hier, genau. Hier bin ich. Hier und dann... Hm, vielleicht beim Rückweg. Beschaffe Müller Pesek den Ring des Toten. Ja, die Schaufel habe ich jetzt natürlich auch noch nicht. Der hat die Frage, ich kann die Leiche ja nicht ausbuddeln ohne Schaufel, ne? Gucken wir erstmal. Am besten ohne Waffe. Hallo. Was war das denn? Suchst du nach mir? Lass dich waschen. Ja, ich möchte nur mit dir reden. Manche Leute können dir etwas beibringen, wobei es vorkommen kann, dass du dafür bereits die Grundlagen beherrschen musst. Für einige Fertigkeiten findest du mehrere Ausbilder in der Spielwelt. Für jede Fertigkeit können vier Lektionen gelernt werden. Kürzlich hast du diesen Verbrecher begraben. Versuche ihn aus dem Haus zu locken. Übung. Hm, machen wir jetzt mal eine Übung. Hundemeister. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Selbstverständlich. Obwohl ich keinen habe? Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut. Aber nur gegen Silber. Hm. Okay, der ist sehr, sehr teuer. Vielleicht ein anderes Mal. Dann lieber ein anderes Mal. So, jetzt ist die Frage. Kürzlich hast du diesen Verbrecher begraben? Oder versuchen, ihn aus dem Haus zu locken? Ich werde erst mal das hier probieren. Das mag etwas seltsam klingen. Aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. Er war mein Freund. An sein gutes Herz appellieren. Auf den Punkt kommen. Hm. Jetzt hat die Frage, wenn ich jetzt sage, dass ich den Ring haben will, dann hat der Ring ja automatisch einen sehr hohen Wert. Ich werde mal... sagen, dass er mein Freund war. Er war mein Freund. Er trug einen Ring als Glücksbringer. Und da er ihn nicht mehr benötigt, dachte ich, dass... Dass ich die Toten ausnehme und ihn habe? Hm. Ich hoffe nur, das wäre dann nicht so teuer. Äh. Ich würde ihn dir abkaufen. Es kann natürlich sein, ich meine, das mit dem Hundetraining, das hätte jetzt gerade fast... mehr als das gekostet, was ich habe. Ich versuche es trotzdem. Immer mit der Ruhe. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich zahle auch. Oh, du meine Güte. 40 Gold. Wow. Das kann ich nicht. Ich kann doch nicht 40 Gold zahlen. Ich denke, er wird sauer, aber ich versuche es. Vergiss es. Ja, das dachte ich mir. Okay. Hm. Ich dachte mir, dass es dann schweineteuer wird. Hm. Dann versuchen wir ihn vielleicht mal aus dem Haus zu locken. Pesek, der Müller, schickt mich. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Dieser Gauner. Wie viel ist es? Ein halber Sack. Pesek muss blau gewesen sein. Das ist ein Batzen. Ich gehe gleich los. Ja. Beeile dich. Aber nicht zu schnell. Beeile dich nicht zu viel. So, hat der... Ist das natürlich das Problem, ich habe keine Schaufel. Es könnte sein, dass er dann zurück ist, bevor ich überhaupt... Hallo. Bevor ich überhaupt eine Schaufel gefunden habe, ne? Der vielleicht eine Schaufel? Der muss so eine Schaufel haben. Der hat hier Schweine und sowas. Der muss so eine Schaufel haben. Er ist ja auch der Henker. Obwohl, er begräbt die Leute ja nicht. Er tötet sie ja nur. Hm. Ja. Ja, 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 ja. Schaufel. Na, Wuffi, weißt du, wo er eine Schaufel hat? Ging es da vorne irgendwo rein? Nee. Hm. Ist natürlich jetzt doof. Okay. Die Büsche sind aus Stein. Man kann daran nicht vorbeigehen. So. Ja. Doof, ne? Ich hätte jetzt vermutet, dass hier irgendwo eine Schaufel ist, weil er muss ja irgendwie auch hier raufschaufeln. Wenn Schweine müsst. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Alles gut. Feine Hundis. Du hast dich so gut gewaschen, wie es in einem Druck geht. Gut. Okay, hier ist ein Plumpsklo. Ih. Ah. Ja, das war nicht ganz durchdacht, glaube ich. Ups. Das wollte ich auch nicht. Versuchen wir das mal. Ja. Ja. Na, wo ist die Stelle? Das ist vielleicht hier irgendwo. Ah, hier. S-D-D. Habt ja draußen, Hunde. Habt er hier irgendwo eine Schaufel in seinem Haus? Die Hunde sind, glaub ich, nicht zufrieden, dass ich hier drinnen bin. Die mögen das gar nicht. Ja, ich weiß. Aber wenn ich schon mal hier bin... Wenn ich schon mal hier bin... Dann nehm ich auch alles mit. Weil er so gemein war. Vielleicht kann ich ihn damit bezahlen. Ah. Sehr schön. Ich muss es nicht mal... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Heißt das jetzt, ich hab den falschen Ring? Soll es dann schon... Kehre zu Müller-Pesek zurück. Ne, ne, ich hab schon den richtigen. Alles klar. Alles klar. Dann... Zurück zu Pesek. Und ich sollte hier weg sein, wenn der andere dann irgendwann zurückkommt und merkt, dass ich ihm nur Blödsinn erzählt habe. Wunderschöner Waldspaziergang mit klimpernder Musik im Hintergrund. Ja, das ist schön. Schön, schön. Ich hoffe nur, ich treffe jetzt nicht auf den anderen Typen, den ich da zu Pesek geschickt habe. Hier geht's auch runter. Der wird nur seine ganzen Hunde auf mich hatzen. Der Typ. Huch, ist etwas geladen, man, glaub ich. Ja, 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 ja. Alles gut, Wofi. Alles gut. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Ich gehe richtig einfach den Weg lang. Ach, Entschuldigung. Unerforschter Ort. So. Dann rennen wir wieder ein bisschen, obwohl das hier auch sehr, sehr schön ist. Okay, da hinten müssen noch die Texturen von der Burg geladen werden. Aber an sich trotzdem... ...einig ein schönes Bild. Auch wenn es hier und da ein bisschen pixellig ist. Aber das könnte natürlich auch an meinem Computer liegen. Nicht unbedingt an dem Spiel. So, dann trennen wir ihn noch ein bisschen auf den Rückweg. Hopp, 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 hopp. Ist das... Ist nicht der Hundetyp, oder? Nee, das ist der andere, mit dem wir vorhin schon gesprochen hatten. So. Los geht's. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Das war die Gerberin. Dann ist er gleich daneben. Ich erschrecke mich immer wegen diesem Geräusch, das man kriegt, wenn man die Ausdauer komplett verbraucht hat. So, aber bevor ich jetzt zu ihm gehe, werde ich einmal ins Haus gehen und speichern. Und hier draußen einmal gucken. Genau. Rüstung. Hätte ich eigentlich nochmal zur Händlerin gehen können? Fällt mir gerade ein. Beinlänge ein. Wenige Halbbarkeit, die kann ich da verkaufen. Leinenhemd. Kann ich auch verkaufen. Nahrung. Okay. Festgegenstand. Leder. Okay. Ich bin wieder bei 77 von 78. Oh Gott. Muss erst echt mal verkaufen, nächstens. Das kannst du eigentlich in der Nebenwand reintun. Genau. So. Und das kann man, glaube ich, unten drunter. Okay. Mal viel rauswerfen kann ich jetzt auch nicht. Und ich werde jetzt einmal speichern. Schlafen. Nacht die Nacht. Ah, Sattheit, Komfort, Energie. Oh, die Energie gleich einmal voll. So. Gute Nacht. Was fällt dir ein, in einem fremden Bett zu schlafen? Hau ab! Ups. Selbst in einem fremden? Ja, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe den falschen Eingang genommen. Ich dachte, das ist unser Bett jetzt. Doch, das ist das. Ach, das wäre es gewesen. Oh. Ah. Okay. Ih. Ich habe in seinem Bett geschlafen. Schlafen und speichern. Er schläft jetzt eh auch. Energie, Sattheit. Ja, dann können wir auch noch bis morgens schlafen. Wenn es wieder Tag ist. Irgendwann. Okay. Ups. Was macht das denn für ein Geräusch? Du kannst jetzt nicht länger schlafen. Okay. Dann machen wir acht Stunden. Gute Nacht. Nacht die Nacht. Träume süß. Träume süß. Ja, dann können wir ja